Musik 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 Herr Lückler! Musik Sind Sie fetter geworden? Viel italienische Pasta vielleicht? Ihre geistlosen Bemerkungen ziehen vielleicht bei den Schwachköpfen der Wehrmacht, Oberst Gans. Mich interessiert viel mehr, was Sie in meiner Abwesenheit mit meiner Ausgrabungsstelle angerichtet haben. Ich bin auf persönlichen Wunsch des Führers hier. Sie sind mir unterstellt! Finden Sie gefälligst die restlichen Relikte, damit ich Sie dem Führer bringen kann? Oder lass ich Sie erschießen? Fällt Ihnen das besser? Möchten Sie das, hä? Jetzt amüsieren Sie mich aber Oberst. So wie er ein Dorftrottel die Leute mit seinen drolligen Marotten amüsiert. Und jetzt genug der Überneiden. Bringen Sie den Riesen zum Reden, haben Sie es verstanden. Den Riesen werde ich heute Nachmittag eingehend verhören. Machen Sie sich mal keine Sorgen. Geben Sie mir Bescheid, wenn Sie unweigerlich versagt haben. Dann bin ich vielleicht so nett und zeige Ihnen, wie es richtig geht. Vielleicht sollten Sie sich lieber etwas ausruhen, bevor mich das Verlangen übermannt, Ihr ganzes Unternehmen niederzubrennen und auf die Asche zu bissen. Oh, okay. Ja. Die Reise war lang und Priester sind ermüden. Fast so ermüden wie Sie. Warten Sie, wo haben das mit? Hier ist kein Platz mehr. Wissen Sie, Bergmann, willensschwache Männer sind am einfachsten zu manipulieren. Ich habe Ihre unglaubliche Unfähigkeit aus Respekt zum Führer toleriert. Aber das hier, das grenzt an Hochverrat! Mir untersteht die gesamte Wehrmacht! Ich könnte sie hier und jetzt erschießen! Und keiner würde es hinterfragen! Also hinterfragen auch Sie nicht meine Hingabe zum Führer! Faszinierend! Wo waren die Affengeräusche? Haben Ihren Peinlichen versucht, um ihn uns zu zeigen, zu unterstreichen. Der Riese war unsere einzige Möglichkeit, die Traumstelle zu öffnen. Und Sie, Oberst Gans, haben ihn getötet. Wie wollen Sie das wiedergutmachen, Sie Schimpanser? Hoffen Sie darauf, dass Ihnen die Lösung aus heiterem Lammelotten trauen? Ja! Sie, Oberst Gans, haben Sie das wiedergutmachen. Voss. Was machst du hier? Ich bin nur aufgerufen. Es ist lange Zeit, Indiana. Ich habe die Gespräche verloren. Das macht uns jeden von uns. Was? 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 Wenn ich das nicht verletzte, dann sind Sie auch die Einwanderung. Sie sind willkommen zu gehen. Ich habe viele Menschen wie Sie. Hey! Sie haben mir das Leben gerettet. Bitte die Obacht. Ich leiste immer meinen Dienst für Vaterland. Dennoch stehe ich in Ihrer Schuld. Tun Sie meinen Gefallen, hm? Versammeln Sie die Männer. Wenden Sie die Knochensäger. Und legen Sie diese Einbringlinge in Ketten. Das Vergnügen, Herr Sturmbandführer! Ich habe eine bessere Idee. Was machst du hier, Dr. Jones? Was machst du mit dem Sonnen? Du denkst, du kennst das Großartig. Du kennst nicht die Kraft. Oder die Kraft dieser. Aber ich... Ich bin derjenige, die Wahrheit der Wahrheit. Die Wahrheit? Mit der Wahrheit? Oh, ja? Ich habe das Geheimsteil. Ich habe das Geheimsteil. Ich habe das Geheimsteil. Hier ist was du, Vos. Archeologie ist ein Spiel von Witz, von Entfernung, von Ries... Geheimsteil. horrifying von Ejieren. Ah. Ich habe das Geheimsteil. Ich habe das Geheimsteil. Ich habe das Geheimsteil. In der Zeit gibt es nicht mehr, Ich bin der Geheimsteil. Ich habe das Geheimsteil. Maybe you should have built yourself a life of meaning. Instead of ending up here. Dead and forgotten in the sense of Africa. Dr. Jones. For you, violence is always the answer, yes? Herr Sturmbahnführer, wir haben ein SOS von der verschwundenen Mannschaft erhalten. Wo sind Sie? Im Himalaya, Herr Sturmbahnführer. Im Himalaya? Das ist ein gefährlicher Aufstieg zu dieser Jahreszeit. Überlassen Sie das mir, Herr Sturmbahnführer. Zum Gottes Willen, Herr Oberst, bitte. Ich werde doch nicht meinen wertvollsten Mann bei so einer gefährlichen Mission riskieren. Aber es wäre mir eine Ehre, einen so herrlichen Sieg für das Vaterland zu bescheren, Herr Sturmbahnführer. Wenn Sie unbedingt darauf bestehen, aber... Oberst, vergessen Sie nicht. Ihr Erfolg würde nicht nur mich, sondern sicherlich auch den Führer zufriedenstellen. Jawohl! Bitte ziehen Sie sich warm an. Jawohl! Halitner! Hey, du! Hä? Ciao! Ja... Ei! Hey! Yes! Hey! Was ist das? Ich bin überrascht, Dr. Jones. Der Vorst sagte mir, dass du sterben bist. Oh, ja? Ich frage was, was er zu dir ließt. Hände hinter dir. Hände hinter dir. Wo ist die Stone, die amerikanische Rat? Stone? Was ist Stone? Hast du nie gehört von Höhenangst? Angst vor Höhenangst? Ja! Und ich habe es. Und ich habe es empfohlen, wenn ich meine Geist des Geist des Geist des Geist des Geist des Geistes. and absolute devotion to the fatherland now what of the American what is his duty it's Lebensinhalt his purpose huh what is it hamburgers and picture shows you have no history no nation no leader what you have is your stupid American cartoons you laugh and dance celebrating your own idiocy and drinking the piss you call beer I will walk through fire for the devoted men of the right you overcome any fear to build a kingdom lasting a thousand years when you have devotion you can withstand anything it makes me invincible well congratulations give me sad stone now can't give give you what I don't have I shall search your cops to make sure please wait I have a stone I have it give me the stone bit bit Gino. Don't. Oh, my God. We gotta get out of here. Hörst mir! Lass uns los! Lass uns! Sheila! Haltet sie auf! Erschieß sie! Hab dich! Hörst! Hörst! Und dann? Hörst! Was ist es eine Stone? Sie haben hier gebracht. Sie können die Erde sprechen. Ich schaue die Stone. Wir müssen etwas machen. Think. Ich schaff das. Ich schaff das! Ich schaff das! Ich bin... Ich bin unbesiegbar! Earth. Earth. Earth's Splitter Earth. But Sun... Es ist Adamic. Wir müssen das Wort an Adamic sagen! Zulayim! Jetzt. Ich habe es nur die Stoffel gespürt. Jaina? Ich habe gesagt, ich bin Invincible. Congratulations. Fuck. Ich verstehe was, was passiert.